meine lieben kleine ninjatüttel seid mir ganz recht hat sich begrüßt euer sensei sagt hi hi guten tag auch wir lassen wir hier so bei so einem wunderschönen gewächshaus ist stehen geblieben und ja ich denke mal wir müssen hier über die leiter irgendwie rüber ich sagte rüber nicht daneben hallo kleiner onkel wir springen einfach drüber das sieht nach strom aus da gucken wir mal ganz in ruhe oder ihr wisst ja wenn man nicht rein darf spielkind 45 springt rein und zwar gleich zweimal das darf doch nicht wahr sein als als würde ein fall stehen das spielkind reinspringen dankeschön so ob wir den sehr kommt hier rein kommt nicht rein okay es nur hier so komische komische Treppen hier steigen so okay 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 verzeiht mir Brüder okay na gut okay das war irgendwie ein bisschen schiefgegangen okay das ist nur vorwiegend Treppenstufen und so und allende roten okay 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 zamm zamm nein 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 euer sensei muss nicht hin Meditation üben damit er wird ruhiger und gelassener immer mehr Ruhe und Gelassenheit ist wichtig für sensei sensei sagen Ruhe und Gelassenheit wichtig 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 so ach da da ist eine lücke okay das muss man sich auch wissen okay dass wir eine stange da müssen wahrscheinlich dran springen okay ich hätte gesagt heißt geld das müssen wir holen die scheiße kracht ein das ist aber nicht nett von der scheiße dass sie einfach ein kracht okay checker point das ist gut so bei der Bumse sind ich bin sehr motiviert und ich habe noch gar keine Fressen hier eingehauen heute was ist für ein Lama zock hier müssen wir darüber okay dass das werden wir nicht ohne Bruder schaffen ich glaube auch nicht dass wir das mit dem Bruder schaffen ah sensei hat gefunden die Lösung das ist okay nicht ganz gefunden aber er findet er findet alles wieso klappt das nicht ah okay jetzt hat sensei gefunden Lösung das ist prima so okay da sind wieder Dampfrohre die sind aber kontinuierlich da zamm 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 so wir springen okay das geht glaube ich am besten so okay und jetzt müssen wir da rüber okay checker point okay heute ist dein glückster Kumpel ich habe gerade frei er hat gerade frei das ist prima das trifft sich gut so okay komm okay Tim so okay nein bitte nicht bitte nicht ich kriegt also bei so einer einfachen scheiße das ist euer spiel geht 45 liebe leute das lässt sich nicht verhindern der knabe kann nix am pet ne das wisst ihr aber auch ne und insofern das ist gut zu wissen aber das interessiert mich gerade nicht weil ich hier hoch springen so bitte sehr bitte sehr bitte sehr welche was wieder runter geflogen zum 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 und jetzt ach du scheiße jetzt müssen wir darüber ich hätte schon wieder echt in die aber das müssen wir in die fahne springen hier die gleich ok wer mir das nicht glaubt er hatte wahrscheinlich nicht alleine aus rechten okay das finde ich gut das finde ich gut bock an der hoch springen ja cool so haben bitte sehr die und so weiter und so fort und so weiter und sofort und jetzt und jetzt okay okay das ist alles noch ganz gut ist alles noch ganz easy zum 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 okay und jetzt muss ich da flug okay das hat diesmal geklappt das hat diesmal geklappt ist nicht gut und jetzt muss ich hier wahrscheinlich runter ach du scheiße gut okay was lief denn da das ratten oder das sind tauben wahrscheinlich nicht wo diese perspektive schon mal im internet man kann nicht wirklich einsehen was da gerade geht das geld mitnehmen ach du scheiße checker point und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt ok 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 das hat ja in die anrichtung so ist richtig so ist richtig mein freund ok hat geklappt die leute das finde ich gut das das muss es jetzt hin wo muss ich ihnen bzw ok 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 wer ist eine zeitgefunden die lesung das ist doch heute ich meal wird dass ich höhen ängstlich bild debt und jetzt bis jetzt und jetzt und jetzt ich denke ich kann helfen ja ja das ist gut dass du es kannst ok jetzt war super und jetzt wir haben sogar nicht geprüft heute die leute auch in der letzten folge was glaube ich gar nicht geschlagen das ist sie sollte das spiel ist friedlich geworden sein ok jetzt was kommt jetzt checkerpoint ist kommt ein checkerpoint vielleicht sollten wir auf den zug springen nun das glatte blechdach und der zu erwartende windfaktor ich würde vorschlagen erinnere mich dir beizubringen was eine rhetorische frage ist okay also eine rhetorische frage ist um die 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 sie sind pro sie auf dem zug mir rein ok kommen jetzt sind die blutte bekommen jetzt sind aber das auf jeden Fall Geld cool ach so schön hier und wollen wir dieses Ding wirklich fangen Donkey Kong King Kong ihr kommt auf jeden fall hallo dürfen wir stören wir sind die wand gerannt der ist einfach durch die wand gerannt machen wir ganz kurz ein bisschen verletzt okay ach du scheiße wo wir die wirklich fangen das ist eine berechtigte frage die leute ich okay ein kämpfchen super ich weiß gar nicht mehr richtig das kämpfen geht irgendwie und das war kopf das war fresse treten ja okay ich habe gewechselt genau jetzt den städtchen mann der städtchen mann macht sie alle auch mein freund genau hier kommt mal an die reihe zu was macht ihr viele hier liebe leute wo kommen die alle her das ist unglaublich hoch und ja ja mal springen bitte sehr springen bitte sehr bitte sehr bitte sehr so aufs maul mit deinem kleinen schwärchen so bitte sehr bitte sehr ob der den move gesehen ey wie geil der städtchen mann als kämpft das ich echt schieben die tierisch drauf steppchen gegen städtchen die mikado gegen mikado ob da kommt noch mehr so ich dachte ich mache ich kalt du alte bazille was das jetzt was ja hier da auf die fresse wo habt ihr gesehen geil ich weiß es ehrlich gesagt nicht wie ich das gemacht habe dass auch immer eine münze die nehmen natürlich mit der trotz da ist einer da kommen hier nicht nur die Funde da kommen immer mehr wo die viele kommen dann vor Ort wo und ich hätte die entdeckten heute alle um m so ein aus dem maul treten bitte nennen mit städtchen auf die Fresse ist das wir sind besser hier du meinst könnt ihr spiegel 45 verkloppt mit seinem städtchen mann und schlapp war das jetzt alle komm 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 steh auf du kleine bohr noch mehr muss ja unglaublich ist ja unglaublich so komm her komm her komm her ich mach dich alle du sauer bereiche gesäubert schlecht okay ich bin heute nicht so ganz gut in form aber das bessert sich das bessert sich von kampf zu kommen wo muss ich jetzt hin ich habe auch die batterie nicht gewechselt ich habe gedacht er hätte noch ein bisschen aber okay so zum 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 ok was war das was war das das war feuer oder was war das mal ganz weiß ich kann nicht gesehen das ist was war das echt vorher scheiße verdammte kacke wir wechseln können wir wechseln okay können wir aktuell nicht okay und jetzt scheint hier hoch da hoch noch mal hoch okay okay und jetzt hier und ich hab's tierisch drauf ja ich meine man freut sich über kleinigkeiten vor allen dingen ich nur als spielkind 45 kleinigkeiten mich verlieren könnten ich hab das gerade gesehen wie perfekt ich da daneben gesprungen bin aber jetzt klappt das wieder perfekt ich hab das jetzt wieder besser in form wo das kinko gekochen gekochen exquisite technik ich muss weg verbrechen bekämpfen ich bin aber so solchen ist wirklich schnappen sind die kerle schlapper als sonst okay komisch doch ist doch ein kampf ja ja finde ich auch der tako man ja mein tako und auf die frisse so ist das richtig hier kommen wir wirbel 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 so bitte sehr und auf die fresse ich denke ich kann helfen du kannst helfen das verstanden wie das funktioniert helfen aber egal die packen wir auch irgendwie alleine er wirbelt wieder kegel uns alle neue super zum 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 hier darf die schnauze du penner wo hat er eine waffe ich habe es wieder getauscht gut der städtchen mann der ist am kampf das ist ja schon ziemlich gigantisch so jemand hier könnt ihr sterb hier mal verpugeln falsch gewaltig mache ich alle platt hier ja jetzt aber richtig aufs maul wir haben gewechselt wir sind beim kebaben super der kebaben ist auch nicht schlecht bereich gesäubert durchschnittlich ja von schlecht auf durchschnittlich ist schon mal auf jeden fall eine sache mit ich leben kann aber euer center sagt jetzt erstmal fehlen fehlen lang für zuschauen wir werden gucken dass wir in die nächste folge weitermachen und ich sage noch mal vielen dank und atmet tief ein fange an zu leuchten und sage euer spieken 45 hey hey machte gut in diesem sinne ab in die renne tschau tschau euer ne und so weiter ja